kann man 2023 überhaupt noch einen scooter ausleihen ja übrigens typisch deutsch ich bin eher so der unentspannte fahrer regt mich über wirklich jede kleinigkeit auf ein wunderschönen guten tag liebe leute herrliches wetter und ein neues video steht für euch bereit und zwar ich habe es ja schon mal versprochen wir fahren meine runde scooter aber nicht nur dass ich erkläre ich heute mal ein paar wichtige dinge wie es jetzt ist kann man 2023 überhaupt noch einen scooter ausleihen und die antwort ist ja derzeit wir haben heute den 25 juli 2023 und derzeit ist die lage so dass man immer noch als tourist hierher kommen kann und einen scooter sich ausleihen kann kann man auch bei uns tatsächlich direkt im hotel machen sogar und ansonsten gibt es unzählige anbieter da immer einfach so ein bisschen drauf achten und darauf aufpassen dass man da eben dann jemand vernünftiges gerät dass das gerät gut aussieht wir haben zum beispiel einen eigenen ich zeig das mal eben hier ist ein bisschen schmuddelig der wird eigentlich öfters gereinigt aber das jetzt schon ein paar tage her ist ein honda honda pcx 160 das ist so ein gängiges modell fahren sehr viele ist eigentlich ganz angenehm hast seit hier so ein staufach vielleicht mal eben zeigen erkläre ich auch noch mal ein bisschen was zu den bestimmungen und so weiter natürlich überhaupt nicht aufgeräumt hier aber passt schon einiges rein wir haben immer unsere regen capes drin genau ja ist vollautomatik auf jeden fall das denke ich mal ist glaube ich auch fast standard bei einem roller ja ansonsten die frage welchen führerschein braucht man denn und da ist wirklich ich habe manchmal hier hergelegt und zeige euch das mal es ist halt dass viele glauben dass sie herkommen und mit einem internationalen mit einem ganz normalen deutschen führerschein hier fahren dürfen weil er letztendlich dort alles eingetragen ist und da gibt es mehrere nein sogar einerseits dürft ihr mit dem normalen m roller führerschein kommt ihr hier gar nicht weiter das heißt wer jetzt den pkw führerschein also die klasse b hat in deutschland kriegt man ja automatisch die klasse m mit dazu mit dem man ja dann diese 50 kubik fahren darf und das gibt es hier eigentlich nicht der kleinste der mir jetzt bekannt ist den man so mieten kann ich habe ich habe vielleicht gibt es doch kleine ich habe es noch nicht gesehen ist der scooby der 110 kubik das heißt wir brauchen mindestens den 125er führerschein das ist denn der a1 wenn mich nicht alles täuscht ja a1 und den muss man haben den oder halt den a entweder man hat a oder a1 und dann reicht aber der europäische führerschein nicht aus sondern wir benötigen auch noch den internationalen führerschein der sieht so aus ja das ist so eine wirklich alte pappe ist denn also ein paar bildchen drin ein foto ist da noch drin von einem selber und dann ist da angekreuzt was halt eben was ist und ihr müsst beides dabei haben ihr braucht den internationalen führerschein und den europäischen also den deutschen und dann könnt ihr hier einen roller allein ja den ich jetzt hier habe das ist ja 160 beziehungsweise 155 kubik oder 160 kubik da frau da brauchst du dann halt schon den führerschein oder motorrad ja ich habe allerdings hier den ich habe einen indonesischen führerschein gemacht hier das geht aber auch nur wenn man hier eine kita hat also wenn man hier lebt das ist dann mein indonesischer führerschein das heißt mit dem habe ich sowieso gar keine probleme ich brauche also meinen internationalen oder meinen deutschen gar nicht dabei haben interessiert die auch nicht ich brauche einfach nur meinen international meinen indonesischen führerschein so jetzt aber zurück zu dem internationalen und dem deutschen wenn ihr den dabei habt alles gut wenn nicht kann es zu mehreren problemen führen ihr müsst eine hohe strafe zahlen oder der polizist hat es wirklich gar nicht meint es gar nicht gut mit euch dann steckt euch auch erst mal ins gefängnis beziehungsweise nehmt euch einfach mal mit auf die wache alles schon gehört alles schon gesehen ich würde es nicht riskieren in den meisten fällen ist es so dass ihr aber eine strafe zahlt wenn ihr den internationalen führerschein nicht habt das sind meistens sind es so baut 500.000 das sind so 30 euro aber die wollen die richtlinien ja nun verschärfen und ich würde es halt nicht riskieren also es wird wahrscheinlich dann auch so sein so wie ich jetzt in den meisten fällen auch gesehen habe dass der roller dann stillgelegt wird und dass ihr wahrscheinlich auch erst gar keinen roller bekommt denn die vermieter sind jetzt dazu auch angeregt wurden und die müssen das jetzt auch machen dass sie den führerschein überprüfen damit sie denn gar keinen rausgeben an leute die den gar nicht haben dürften finde ich auch gut denn ich finde halt auch so eine gewisse erfahrung sollte auch dazu gehören ob man hat so was auch fahren kann ihr werdet gleich ein paar fahrszenen sehen und man sollte hier auf jeden fall fahren können ansonsten helm ganz wichtig das gehört hier zu den wichtigsten regeln finde ich auch wer dann wieder ohne helm erwischt wird zeit eine strafe ist nicht besonders hoch für uns deutschen natürlich und 30 euro roundabout aber auch da wollen die halt schärfer vorgehen und ganz ehrlich eigene sicherheit wer mich auf instagram schon ein bisschen mit länger verfolgt weiß dass ich erst vor kurzem einen schweren unfall gesehen habe wo ein jugendlicher sich mehrmals überschlagen hat mit dem roller und der wäre definitiv tot gewesen wenn er keinen auf gehabt hätte und auch im bekanntenkreis habe ich schon miterlebt dass unfälle passiert sind wo die sich den kopf schwer aufgeschlagen haben ja setzt einfach ein helm auf ihr braucht da auch wenn ihr denn das macht und angehalten werdet viele sind dann am diskutieren mit der polizei und ich kann euch nur so viel sagen spart euch das direkt wenn ihr mal angehalten werdet dann zahlt das einfach und hört auf zu diskutieren genauso wie ja die einheimischen fahren auch alle ohne helm das interessiert die hier nicht das ist seit dem land die werden hier mit sicherheit nicht sagen ach so ja stimmt fahren ja alle anderen auch ohne das genauso wie auch ohne t-shirt fahren ist auch nicht erlaubt und betrunken fahren natürlich auch nicht sind eigentlich sachen wo man sagt ist logisch aber anscheinend nicht ich mache jetzt den roller start klar falls los wir müssen einmal tanken dann wird er nämlich auch gleich mal wie das hier auf einer tankstelle funktioniert nicht besonders atemberaubend aber vielleicht interessiert es den einen oder anderen und dann fahren war und schauen wir uns mal ein bisschen die schöne gegend an und ich fahre einmal durch ubo city durch viel spaß so ich weiß gar nicht ob man mich jetzt noch hören kann ich habe jetzt mal versucht das mikrofon mit reinzunehmen dann kann ich ja hier und da auch mal ein bisschen was erzählen zumindest wahrscheinlich wenn ich das wie sie runter mache dann sollte man es eigentlich ganz gut hören können die straßenverhältnisse seht ihr hier das ist aber naja eher so untypisch das ist so bei uns dass sie hier so dermaßen im arsch sind ansonsten geht es eigentlich und ja das ist die einzige zufahrtsstraße zu uns übrigens typisch deutsch ich bin eher so der unentspannte fahrer also was heißt unentspannt aber ich fahre schon entspannt so von der sache her aber ich reg mich über wirklich jede kleinigkeit auf und ja werdet ihr ja schlecht sehen einfach mal so dran vorbei übrigens die verkehrsregeln sind hier passt schon es gibt ja eine einzige verkehrsregel und die ist fast schon so jedenfalls das gefühl was natürlich spaß also klar es gibt hier verkehrsregeln gar keine frage ja das hat jetzt den gemacht mich so blöde zu überholen und dann hier so zu fahren genau ist übrigens eine schule hier aber jetzt sind wir hier auf der hauptstraße hier ist dann eigentlich auch schon mal ein bisschen mehr los heute nicht leer das ist jetzt auch schon ein bisschen später wir haben es jetzt 16 uhr das ist so meine haus und hofstrecke hier seht ihr dann hat auch dass die straße halt extrem der marsch ist an vielen stellen weiß nicht ob man das auf der kamera so gut sehen kann ich sehe nur so ein mini ausschnitt auf der kamera weil die mir direkt vorm helm hängt übrigens so innerorts richtgeschwindigkeit 50 fahr ich ja sieht man ja das hier ist übrigens standard also super dass man direkt mal sieht hier rechts blinken aber nichts machen halt die ganze zeit also die leute vergessen ständig ihre blinker auszumachen aber man kann schon froh sein wenn sie wenigstens welche haben weil viele haben gar keine genauso wie spiegel wir werden mit sicherheit auch ein oder zwei sehen die keine spiegel haben und keine bremslichter und keine blinker und eigentlich nichts auch autos gerade sowas was hier jetzt gerade vor mir fährt sohn drei hat so diese sind somit die gefährlichsten sollten weil das sind diese baustellenfahrzeuge und die sind oft so was von einem arsch dass sie keine brems und keine also keine bremslichter mehr haben das ist dann halt super geil wenn man hinter den fährt deswegen überhole ich eigentlich immer ganz gerne das sieht wahrscheinlich alles auf der kamera wesentlich spektakulärer aus wie es eigentlich ist also die ihr denkt jetzt wahrscheinlich hier der bali aber ich fahre eigentlich relativ Normal relativ Also ich fahre jetzt nicht besonders super schnell oder so das sieht wahrscheinlich eher so aus auf der kamera es waren die meisten auch sehr sehr langsam So ich muss jetzt hier mal rüber was nämlich erst mal zur bank ist nämlich tankstelle und bank in 1 hier ist nämlich da die die tankstelle So ich nehme ich erst mal kamera aus und dann sehen wir uns gleich wieder So da sind wir schon wieder hier gibt es übrigens so einen kleinen button um den tankdeckel aufzumachen dass man den rolle ausmachen und dann gibt es hier so So ein kleines dings aber bei mir hat das immer deswegen muss ich das mit dem schlüsseln machen Gucken schon alle doof warum spricht der man mit sich selber A few moments later Dann fährst du einfach vor und dann wartest du dass der kommt und dann sagst du voll Und dann macht er das ding voll und dann siehst du da wie viel es ist ist auch übrigens geil Dann seht ihr da diese rote 0 Das ist einfach hinten noch mal eine 0 dran gemacht Weil die anzeige irgendwie wahrscheinlich falsch ist oder so 1000 years later Da ist er jetzt kommt da los geht's Voll please An eternity later Casi No it's too much 80 But you give me Er hat mir zu viel gegeben In Germany we say Ehrenmann Bye bye Waren halt 80.000 also das sind nicht mal ganz 5 Euro so ungefähr Round about 5 Euro Habe ich jetzt bezahlt für voll tanken Der war wirklich schon auf dem letzten punkt oder fast auf dem letzten punkt Naja und hat mir jetzt zu viel wieder gegeben hat mir 30.000 wiedergegeben und ich habe ihm 100.000 gegeben Und die Leute verdienen ja sowieso schon wenig und dann bescheiße ich die nicht auch noch um 60 Cent oder so das ist für die viel Geld Und Durchschnittseinkommen vom Balinesen sind rund about 3 Millionen Und das sind halt 180 Euro Ja dann werde ich die definitiv nicht auch noch um 60 Cent bescheißen Also das macht man ja wirklich nicht Ja Also es passiert hier öfters dass sie sich verrechnen Kann man sich jetzt halt drüber freuen ich gebe es halt immer ab Ja mal so ein kleiner Ja so ein bisschen Ja so ein kleiner Exkurs hier für die Leute die nicht so oft Motorrad fahren oder Roller fahren Die Balinesen oder die Indonesier generell die fahren Die fahren relativ entspannt alle Also die sind so fest der Meinung dass alles was von hinten kommt hat auf den Verkehr vorne zu achten Und die fahren dann halt auch einfach also es kann dann halt ursprünglich passieren dass die halt Links rechts fahren ohne zu blinken hier ist zum Beispiel einer ohne Spiegel Also die fahren halt einfach Und das passt dann halt irgendwie auch immer schon Deswegen muss man halt eben schauen und wenn du als Deutscher eben auf dein Recht hier pochst Und auch so fährst dann wirst du definitiv einen Unfall haben Einfach ein bisschen Also du kannst schon Auch so ein bisschen aggressiver fahren Na auch so wie ich links rechts links rechts und alles überholen und hupen und schreien Aber poch mich auf dein Recht So von wegen ich habe jetzt hier Vorfahrt Dann wirst du halt eben Probleme kriegen Wenn du Kleiner Tipp wenn du dich nicht traust zu fahren hier oder Ja generell Weil dir das alles zu viel ist dann fahr langsam Und fahr einfach auf der linken Seite Hier ist ja generell Linksverkehr wie man sieht Dann fahrst du halt einfach links und Dann hast du den Verkehr so Ja der überholt dich dann halt die ganze Zeit und dann lässt du den so ein bisschen liegen Dann passt das eigentlich auch Also wenn man halt hier die meiste Zeit langsam links fährt dann hupt auch keiner Dann stört dich auch keiner Und dann ist das schon okay Hier sind wir jetzt so In Ubud City Hier ist so Ja das ist jetzt ja wie gesagt ab 4 Hier ist dann auch schon relativ viel los Man sieht alles voller Touristen Alles voller Roller Aber ich muss ganz ehrlich sagen es sieht fast den ganzen Tag so aus Also jetzt ist halt nur ein bisschen mehr Aber der Verkehr generell in Ubud ist brutal Nichts im Vergleich zu Canggu, Seminyak oder Kuta Gar keine Frage da ist das ist da noch schlimmer Viel viel schlimmer Hier ist dagegen schon echt entspannt Übrigens das ist eine Einbahnstraße hier Aber Einbahnstraßen braucht ihr euch nicht wundern Wenn dann mal Gegenverkehr kommt So wie jetzt hier Das ist völlig normal So hier ist so eine kleine Einkaufsstraße Sozusagen eine Fußgängerzone Nämlich mal gucken weil das hier nämlich mein Laden ist Da oder unser Laden besser gesagt Hier mit dem Rolltor Oh ja schick schick Das haben wir nämlich neu einbauen lassen Hier kommt unser Laden rein Ist jetzt hier so 4 Uhr Fängt jetzt hier schon so an Dass die Leute hier langsam rumlaufen So ab sag ich mal 5, 6 Uhr Da geht das hier richtig los Dann sind die ganzen Bars hier auch voll Und wenn es dann halt ein bisschen dunkler wird Dann ist hier auch schön beleuchtet Und dann so bis 10, halb 11, 11 Dann ist hier auch richtig was los Nochmal zu dem generell zu dem fahren Es ist so wenn du hier halt eben darauf wartest dass dich einer durchlässt oder dass du fahren kannst dann wirst du halt warten stundenlang Du musst halt einfach dann schon fahren einfach und so ein bisschen dein Recht einfordern Es ist so wenn jetzt also dir fährt keiner rein Also die wenn du jetzt einfach fährst dann sehen die das schon und dann bremsen die auch Manche hupen aber hupen halt auch einfach nur damit zu sagen Ey hier bin ich Die hupen gar nicht aus aggressiven Gründen Sondern eher um zu sagen Ey hier bin ich Ey hier bin ich Wie gesagt, wer hier halt Angst hat zu fahren, der verliert halt letztendlich, weil man sieht ja, die zwängen sich hier überall noch durch und machen und tun. Also Hauptsache noch durchfahren, mache ich ja auch, sieht man ja, ich habe tatsächlich erst einen Unfall hier gehabt und das war, weil mir ein Betrunkener frontal in den Roller gefahren ist. Also ich stand und der ist mir einfach reingefahren, ansonsten, ihr seht ja wie ich fahre, ich habe noch keinen gehabt. Ich bin aber, muss ich dazu sagen, ein geübter Fahrer, ich bin ja in Deutschland, bin ich Supersportler gefahren und kann natürlich deswegen auch fahren, aber wenn man halt eben nicht so geübt ist, dann fährt man halt einfach ein bisschen langsamer, fährt am Rand und dann passt das auch. Weil viele, ich habe schon gesehen, viele sagen in ihren Videos dann wirklich, erzählen da Horror-Szenarien und was weiß ich was und das ist natürlich alles Quatsch. Man muss halt eben, wie auch in Deutschland, das soll jetzt nicht auf die Balinesen oder Indonesia bezogen sein, sondern generell muss man immer mit der Dummheit anderer rechnen und das muss man hier halt eben sehr, nicht weil die hier alle doof sind, sondern weil die natürlich haben die jetzt hier nicht so eine Fahrschulausbildung wie wir in Europa oder in Deutschland. Die fahren meistens, die meisten haben gar keinen Führerschein oder es fahren halt viele schon sehr jung und dann muss man natürlich auch damit rechnen, dass sie es dann halt nicht so gut können und wie gesagt, die fahren halt eben ohne zu gucken und manchmal blinken sie links, fahren aber rechts und auch andersrum manchmal. Also da muss man halt eben, da muss man eben schauen, eben ist mir gerade einer hinten reingefahren, das ist dann halt so, dann fahren wir hier hinten gegen den Reifen oder so auch immer, da musst du dann halt mitleben. Also das ist kein Grund hier dann anzuhalten und die Polizei zu rufen, auch so wenn man mal zusammen stößt, auch so Spiegel an Spiegel oder so. Da hält hier keiner an und ruft dann die Polizei. Apropos Polizei, da vorne steht auch Polizei. Dann sieht man das, die werden wahrscheinlich hier auch, kann sein, dass die jetzt Leute rausziehen. Das wäre ja lustig, wenn sie mich jetzt rausziehen, das wäre eigentlich ganz cool, dann könnte ich mal direkt zeigen, dass das mit dem Führerschein an sich kein Problem ist. Aber sieht ja aus, als wenn die wegen den parkenden Rollern hier stehen. Weil hier ist mittlerweile überall Parkverbot. das hier, was die machen, dürfen sie eigentlich nicht mehr und lustigerweise machen die dann oft, dass sie die Luft rauslassen. Das hier zum Beispiel, jetzt ist so eine typische Situation, ist halt so Kreuzung, es ist halt alles voll. Einfach fahren. Polizist steht da, sagt sowieso nichts. Also von daher, na dann ist sie ja einfach, das ist dieses, was ich meine, passt schon. Wird halt einfach gefahren. Irgendwer wird schon Platz machen. Die stehen jetzt hier alle, wie die Blöden. Und der Papa, der fährt jetzt hier schön durch. Husch, husch. Weg, weg. Jo. Schön den Papa-Platz machen. Muck, muck. Jo. Das ist übrigens ein Phänomen. Ich weiß nicht, ob das jetzt generell nur in Indonesien ist, aber, ne, also in Asien ist, also in Thailand ist mir das auch aufgefallen. Die können alle nicht vorausschauend fahren. Das ist hier, weiß ich nicht. Können die nicht. Die fahren, also mir kommt es mir so vor, als wenn die halt eben so drei Meter vor ihr Fahrzeug gucken und dann, huch, da ist was. Bremsen wir mal. Also, ja, die können nicht die Situation einschätzen, die Straße lesen, könnte ich da jetzt noch durch oder wie auch immer. Das siehst du sehr, sehr häufig. Und deswegen machen die teilweise Aktionen, die man nicht versteht. Na, ich mach jetzt hier mal aus und mach gleich nochmal an an einer schöneren Ecke. So. Da sind wir vorbei am Stau. Gott sei Dank. Jetzt fahren wir quasi wieder zurück zu mir nach Hause. Aber über den anderen Weg, also über den, ja, schöneren Weg. Musik 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 Das hier ist übrigens eine schöne Stelle. Schaut mal hier. Ist wirklich cool. Und hier ist jetzt so eine Riesenbrücke. Es geht hier richtig doll runter. Ich bleib mal kurz stehen. Und zeig euch das mal. Oh mein Gott! Na ja, so da ist es vorne. Sieht spektakulärer aus. Ähm. Wie ist das? Also in echt. Und auf der Kamera sieht es gar nicht so aus. Ich weiß gar nicht, wie es auf der anderen Seite ist. Kann ich nochmal gucken. Ja, Bali ist schon schön. Das muss man schon dazu sagen. Na doch, da ist sogar ein Fluss unten. Ja, fahr mir nicht gegen meinen Roller, meine Jungen. so weiter geht's. Ja, bambam, bambam, bambam. Ja, bambam, bambam. Und wie gesagt, die Leute haben, also nochmal zusammengefasst, was halt oft passiert ist. Die Leute haben halt eben keine richtigen Bremslichter. Die haben schlechte Roller. Dadurch dann eben keine Blinker. Nutzen sie teilweise auch nicht. Oder sie vergessen sie auszumachen. Ähm. Das heißt, ja man hat halt eben oft dieses, die Leute blinken links, fahren aber rechts. Oder andersrum. Und das kann halt schon zu Unfällen führen, wenn man halt eben vorbeifährt und nicht darauf achtet. Also ich fahr halt eben so, dass ich immer auf alles achte. Dann, wie gesagt, die fahren nicht sehr vorausschauend. Und die fahren oft unnötig einem in den Weg, was man dann sich nicht erklären kann, so richtig. Und damit muss man halt hier einfach leben. Da muss man mit umgehen können. Ich, äh, kompensiere das, indem ich dann rumschreie. Ähm. Aber ansonsten macht es schon Spaß hier zu fahren. Also das ist auf jeden Fall. Ein ganz besonderes Highlight ist es dann nochmal, wenn es regnet. Dann sind teilweise die Straßen so überflutet, dass es so ist, als wenn ihr mit dem Roller durch den Fluss fahrt. Das ist dann schon echt ein Highlight. Und entgegen aller, oder nicht aller, aber vieler Meinungen, ist es hier auch immer noch auf Bali wunderschön, wenn es Regenzeit ist. Weil wir haben dann trotzdem den Tag warm. Und, ähm, ja, also das ist dann trotzdem 28, 30 Grad. Nur es regnet dann zwischendurch mal. Und dann ist es aber auch trotzdem angenehm. Übrigens, wenn ich ab und zu mal hupe. Dann, ähm, ist das nicht hupen so, ey, geh mir aus dem Weg. Sondern hupen, ich bin hier. Hallo, ich bin hier. Hallo. Das ist hier halt wie gesagt Standard. Also wenn, das ist halt nicht wie in Deutschland, dieses aggressive Hupen so. Sondern, wie gesagt, das ist einfach nur, ey, pass bitte auf, hier bin ich. Und, ähm, das machen die eigentlich generell. Also immer wenn die fahren, zum Beispiel, so wie jetzt hier. Und einer kommt von links raus oder so aus der Straße. Dann hupen die. So von wegen, ey, hast du mich gesehen? Fahr jetzt bitte nicht raus, sonst fahr ich dich über den Haufen. Und, ähm, viele verwechseln das dann mit einem aggressiven Hupen. Weil in Deutschland wird ja nicht so viel gehupt. Und wenn, dann nur, weil man im Rage-Mode ist. Das ist hier halt eben anders. Hier wird ständig gehupt. Und ich hupe halt auch, wenn ich zum Beispiel auf einer engen Straße, so wie hier, jetzt das, ähm, Auto überhole. Dann, ähm, hupe ich. Um ihm zu sagen, ey, guck mal. Ich komm jetzt. Damit er dann nicht rechts rüber zieht. Weil normalerweise fahren die dann sehr mittig. So wie der Weiße da vorne. Und damit das halt eben nicht passiert, wenn ich genau neben ihm bin. Weil, ne, toter Winkel und so. Hupe ich dann einfach. Achso, Hunde, auch geil. Hunde laufen ja so mitten über die Straße. Und dann muss man schon das eine oder andere Mal gucken, dass man da nicht, äh, mit denen kollidiert. So. Jetzt ist auch mein Akku gleich alle. Dann würde ich sagen. Kuss auf die Nuss, ihr Lieben. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr mehr davon sehen wollt. Dann kann ich mal in ganz andere Regionen fahren. In die Berge. Auf die Dörfer. Dann seht ihr mal, wie es da so abgeht. Schreibt mir gerne mal, ob euch das interessiert. Dann hau ich gerne so ein Content mal raus hier von Bali Roadtrip. Vielleicht auch mal mit dem Motorrad dann. So. Rinn gehauen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.